Ist eine Firma, die aus Haram-Geld gegründet wurde, Halal, oder ist es Haram auch und ihr gewinnt? Wenn die Firma von Haram gegründet wird, dann bleibt das Haram. Zum Beispiel jemanden hat 10.000 Euro von der Bank genommen und hat eine Firma gegründet und das ist mit Kredit, was Haram ist. Oder jemand hat es geklaut, oder jemand hat das Recht von den anderen weggenommen. Dann bleibt das Haram, egal, wenn man auch Millionen hat. Weil die Grundlage, das ist so, wie du das verstehst, du tust einen Kern im Boden und das wird zu Baum. Da kann man nicht mehr sagen, die Früchte sind in Ordnung, weil der Kern Haram war, das zu Baum gebracht hat. Deshalb muss man Allah um Verzeihung, Vergebung bitten, man muss das wieder gut machen. Und da gibt es verschiedene Arten und Methoden, wie man das macht. Barakallahu feikum, sagt Allah khain.